Das sind Maria und Petra. Sie helfen uns heute über das Thema Wohnen nachzudenken. Wir sprechen darüber, wie jeder wohnt. In einer WG, alleine oder mit Familie. Jeder sucht sich eine passende Karte. Die WG-Experten beantworten Fragen. Ich bin keine Planerin, ich gehe fast jeden Tag in das Mitte. Die WG zu finanzieren. Ich kann mir das mit dem Geld gut anzeigen. Weißt du Bescheid, wie viel Geld du hast? Und weißt du Bescheid, wo er dein Geld kommt? Und nun die Expertinnen für Leben in Familie. Was? Alles zu zahlen? Wir machen das gemeinsam. Wir machen das aus, immer. Nicht halt bei mir Geld und dann ihr Geld. Nein, das ist unser Geld. Amen. Petra fasst alles noch einmal zusammen. Man kann sich zurückziehen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich ganz alleine wohne, dann bin ich ganz allein. Dann habe ich viele Wachsgehrer und die meisten mögen das. Manchmal hält man gerne den dabei. Und in der Familie muss man sich einen Platz suchen, wo man alleine sein kann. Manchmal hören wir alle dann über sich.